In diesem Video geht es um die besten Gartenschläuche. Der Qualitätssieger in unserem Gartenschlauch-Test geht an den Tresco Gartenschlauch. Schwere, starrige und verknote Gartenschläuche rauben Ihnen den letzten Nerv. Der Tilvex Flexi-Schlauch ist Ihre Abhilfe. Knickfreie Nutzung und einfaches Handling erleichtern Ihnen enorm die Gartenbewässerung. Nicht jeder flexible Schlauch ist gleich, Sie werden den Unterschied spüren. Die spezielle Materialzusammensetzung verhindert Verknicken bzw. Verdrehen und macht den Tresco Gartenschlauch zu einem unersetzlichen Gartenhelfer. Die enthaltenen Adapter sind kompatibel mit dem Stecksystem von Gardena und Kärcher. Inklusive siebenstufiger Multifunktionsdüse mit Feststellhebel, Zweiklickadapter für beliebiges Fremdzubehör und ein Hahnadapter zum Anschluss an Ihren Wasserhahn. Die Längenangaben beziehen sich auf den maximal ausgedehnten Zustand. Mindestdruck für volle Ausdehnung 4 Bar. Ideal zum Bewässern Ihres Gartens, Reinigung Ihrer Außenflächen wie Terrassen oder Fahrzeuge oder als Gartenteichschlauch zur flexiblen Nachbefüllung. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der Gardena Comfort Flex. Der Gardena Comfort Flex Schlauch mit Powergrip Profil garantiert die optimale Verbindung von Schlauchstück und Schlauch. Beide greifen dank neuartiger Technik wie Zahnräder ineinander. Der Schlauch ist druckfest und formstabil, gleichzeitig aber auch flexibel und einfach in der Handhabung. Dies sind die besten Voraussetzungen für einen komfortablen und vielseitigen Einsatz im Garten. Bei Bedarf können Sie ihn mit den Original Gardena Systemteilen und Anschlussgeräten systematisch ergänzen. Er ist frei von giftigen Weichmachern und Schwermetallen und selbstverständlich UV-beständig. Gardena Schläuche sind äußerst druckbeständig und behalten ihre Form. Dieses neuartige Schlauchprofil bietet eine optimale Haltekraft und somit eine sichere Verbindung zwischen Schlauch und Schlauchstück. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Gartenschlauch-Test ist der Meister-Schlauch. Geeignet für den einfachen Gebrauch mit leichter Beanspruchung. Zur Bewässerung kleiner Flächen, wie Kleingärten. Abriebfest für den Einsatz auf sämtlichen Untergründen. Trittfest und druckbeständig. UV-beständig, Hitze- und Kälteflexibel. Regeneratfrei, Eftalatfrei und Algenfrei. Mit Armaturen passend zu allen handelsüblichen Schnellkupplungssystemen. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.